Wir haben ein Trainingsprogramm gehabt mit Segelflug-Anfängern, die haben schon schein und da machen wir ein spezielles Programm, damit sie in Übung bleiben und bin gerade mit einem jungen 16-jährigen Segelflug-Piloten zur Halle gefahren und in dem Moment dann für sich sehe ich den Start, dass der eigentlich aus den Rudern läuft und eigentlich nicht normal abläuft und bin sofort gewechselt, weil er hat eigentlich kein Autoführerschein, darf nur bei uns am Flugplatz fahren, sofort ins Auto eingestiegen und ich habe gesehen, wie die Maschine abschmiert, also über die rechte Fläche, sie hat einen Strömungsabriss gehabt und ist dann über die rechte Fläche in die Donau aufgeschlagen. Die Rettungskette hat sofort super funktioniert, es gibt einen Betriebsleiter, der ist verantwortlich für den Betrieb, der ist sofort Rettung, Feuerwehr, Polizei verständigt worden, wir sind sofort mit dem Auto da hergefahren, an die Unfallstelle, haben wir zuerst einmal suchen müssen, wo es genau ist, weil es am Yachthafen relativ umständig ist, dass du herfahren kannst. Das Flugzeug ist ca. 30 bis 35 Meter, schätze, hat mir tief im Wasser getrieben, kopfüber, also verkehrt eigentlich. Wir sind sofort rein und sind zum Park geschwommen. Vom Yachthafen sind die Boote schon ausgefahren gewesen, die haben uns dann Gott sei Dank geholfen, sind auch Leute reingesprungen ins Wasser. Die Rettung war dann, dass junge Burschen von uns an und für sich ein Seil aufgetrieben haben, auch von dem Boot und mit dem Seil haben wir dann eine Menschenkette gebildet und haben das Wrack eigentlich dann ans Ufer ziehen können. Piloten haben wir dann aus dem Cockpit raus, rücklinks und haben sofort Ersthilfe begonnen und die Reanimation. Bis die Feuerwehr da war, so lange haben wir im Grunde eine Herzmassage und Beatmung gemacht und dann hat die Feuerwehr übernommen und dann ist auch die Rettung gekommen und die haben dann den vollen Einsatz gezeigt. Ich hoffe, dass wir ihm das Leben retten haben können, also genau das wissen wir noch nicht, aber natürlich, es ist wurscht, ob es jetzt ein Freund ist oder ein Unbekannter, du musst einfach sofort die Hände, du musst sofort im Prinzip die Rettung einleiten und da brauchst du nachdenken, da funktioniert es wie eine Maschine.